Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Alles, was man aufheben und schleudern kann, zählt für mich als Waffe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich hab dir was mitgebracht. Wie geht der Spruch doch gleich? Alle guten Dinge sind drei. Begebt euch, oberfrechen Bewohner. Ach bitte, als würde ich auf einen sprechenden Haufen Meeresfrüchte hören. Okay, Zischelchen. Ich hoffe, dass wir beide eins gemeinsam haben. Dass keiner von uns beiden fliegen kann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020